moin leute willkommen hier bei wo the warships in der wunderbaren alabama und ich werde jetzt mal hinten rumgammeln wie so ein kleiner spasti und nicht meinem team unterstützen denn irgendwie habe ich das gefühl die ganzen mates das auch machen eben ne runde gespielt und da war jeder hinter mir am arsch der welt campen hinter den inseln und dann meine ich jetzt nicht wirklich nehmen wir mal an so zum beispiel bei dieser map ich würde hier bei der 10 sitzen hier bei der insel oder hier vorne bei inseln oder da und meine mates fähren hier oder hier oder hier würde ich ungefähr vorstellen was ich meine nicht geil ich habe jetzt wieder ein scheiß grüßiger hier im spiel aber naja erhornet wir müssen aufpassen dass er uns nicht rumpickst mit seinen klingern da vielleicht haben wir glück der zivispieler ist richtig schlecht durchdäufelten dank bauten schon wieder seinen Turm rausgehauen. Was ist das denn für ein... Ich kann ja sein, dass ich ihn zweimal seine Schade... Okay, ich möchte mich eigentlich nicht besperren. Anstatt seinen Turm raushauen, hätte ich dann doch lieber schon 20k Schaden gemacht. Bin ich ehrlich. Möchte ja nicht übertreiben mit dem Schaden. 20k reicht. Präzision ist auch echt gut die ganze Zeit. Oh, die ist jetzt echt gut die Präzision auf jeden Fall. Ah, ja doch. 20k war doch machbar. Auf jeden Fall. Kein Ding. Hallöchen. Ich weiß ja, dass das Teil echt verdammt schnell ist. Deswegen ein bisschen vorhalten mehr. Das war zu wenig. Oh mein Gott, das ist ungewöhnlich schlecht. Wie schnell ist denn das Ding? Das ist französisch, ne? Dann muss doch mal ganz schön schnell sein, du. Hab ich nicht gesagt, ich wollte hinten campen? Oh mein Gott. Okay, ja. War jetzt irgendwie doch nicht. Ja, ne? Na ja, ist aber egal. Geht keinen Spaß, hinten rumzukammeln. Du machst ja eh nix. Voll öde. Verstehe ich auch nicht, warum das manche Leute machen. Ah, der WTF, kein Schaden. Wo sind meine Zendellen? Wo ist der Deathstrike? Ah, siehst du. Da. Super. Danke. Man, warum nicht gleich so? Hat zwar kein Deathstrike und war auch nicht mein Kill, aber ist mir egal. Solange er tot ist. Ist okay. Fürs Team. Fürs Team, meine Freunde. Das ist fürs Team. Warte, 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 warte. Oh, war auch von der Breitseite. Bismarck. Deutsche Panzer. Fürs Team, meine Freunde. Fürs Team drücke ich dem Typen jetzt 20k Schaden. Ja, das sind 20k. Oh, was für 20k. Hm, das war so geil. Fürs Team, meine Freunde. Was ist der fürs Team? Aber ich möchte ja mit meinem Team gewinnen. Ich kann ja nicht mal ohne mein Team gewinnen. Ohne mein Team geht das einfach nicht. Ja, ich versuche... Ich habe mir in den letzten Jahren sehr... Muss man natürlich sagen. Merkt man vielleicht manchmal auch bei meiner Spielweise. Habe ich sehr viel mir angewöhnt, mich nur auf mich zu verlassen. Sich nur... Also, ich verlasse mich meistens nur auf mich. Denn in diesem Spiel, Teamwork ist für mich einfach manchmal einfach... Naja, für den Arsch. Wisst ihr? Also, und deswegen... Naja. Mich an sich schon eher negativ gestimmt, mit meinem Team zu spielen, weil ich mir einfach denke, manchmal... Es bringt zwar nicht oft was. Wenn... Wenn ich einen Mate habe in meinem Team und der richtig gut ist und ich merke das und so, dann versuche ich auch mit ihm zusammen zu spielen. Dann funktioniert das auch. Aber die mussten wir erstmal finden. Oder die. Habe ja gehört, gute Spieler sollen auch paarweise und... Oder allgemein auch mal im Rudel auftauchen. Ist eher selten, aber es kann auf jeden Fall vorkommen. Ähm. Ist das schade? Er ist da tot? Oh, what the fuck? Nee, ist er nicht. Heilig wieder. Ah! Wow. Naja, ist tot, habe ich doch gesagt. Alles cool. Kein Problem, Mann. Naja, auf jeden Fall, ähm... Naja, auf jeden Fall Rudeltiere sind es halt, ne? Und auf jeden Fall, ja. Das halt dazu und... Ist einmal die Sache. Ich bin einfach in den letzten Jahren sehr viel angewöhnt, halt... Naja, mich nur darauf zu verlassen, was ich kann. War doch nicht schlimm. Ich meine, dadurch bin ich ja so gut geworden, aber... trotzdem sehr einsam. Und ich meine, es macht immer noch mehr Spaß, wenn du halt in der Division dann spielst mit Kumpels. Das Ding habe ich auch so auf Kevin gezockt damals. Irgendwie gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, das Spiel, ähm... Naja, ist irgendwie auch ganz schön... Naja, geworden, dass man jetzt, äh... sehr schnell die Lust verliert. Kann man sagen. So, ich bin übrigens froh, dass der Z-Dude in... Irgendwie bei unserem... ...Gusterträger da am Arsch kleben ist. Denn da habe ich ein bisschen Freibahn hier. Kleine Zerstörung, meine ich. Können wir ja... Vielleicht können wir ja die Hornet. Das ist ja eine Amagi-Form hier, ne? So eine... So eine Schmischige-Amagi. Das heißt also, sie hat auf jeden Fall auch guten Torpedo-Schutz und alles. Und auch die Secondaries und alles. Bin ich debil? War sehr unfreundlich von ihm. Ach, die Alabama ist auch so schön beweglich, muss ich sagen. Das mag ich auch so wie an dem Schiff. 10k Schaden. Ja, genau. Ich, warum nicht? Mein, hey. Spawner, airborne. Spawner, airborne. Ich habe ja eine Lenin bei mir hinten am Heck kleben. Fällt mir jetzt aus, dass da noch eine Lenin ist. Ja, wunderbar. Ganz schön gut Schaden raus mit unserer Fruperwehr. Ich bin ja. Oh. Na gut, Kollege. Ich glaube, ich muss immer sagen, du bist ein bisschen unnützig jetzt. Äh, uninteressant geworden. Torpedoes, direkt front. Natürlich. Kann man doch sagen, der Typ ist echt nicht gut. Seine Flugzeugträger. So, drive by. Kennen wir ja schon, wenn wir das machen müssen. Ja, genau. Klar. Das ist ja, wie ich hier habe. Problem solved, Sir. I will survive! Nein! Lucky. Ja, aber ich habe überlebt. Äh, im Herzen habe ich überlebt. Ich werde in Geschichte eingehen, als der Typ der Fahnen der Biene noch als letztes gestochen wurde. Oh, das ist ein gutes. Oh, wow. Mein Name fürs Video. Ja, muss ich sagen. Hornet, ach nee, Hornet heißt ja gar nicht Biene, oder? Oh, Hudson Hornet, Cars, ach, das ist mein Kindheitsfilm, Alter. Kennt den Film heutzutage eigentlich überhaupt jemand noch? Also halt die Leute, die ihn damals gesehen haben als Kind, klar, aber ich bin damit aufgewachsen. Also die Kinder heutzutage gucken so, die alten guten Filme wahrscheinlich gar nicht, sondern nur die ganzen anderen Dreckskram, der jetzt im Fernsehen läuft. Dann habe ich das jetzt in meinem Fernsehen geguckt, das ist auch schon Ewigkeiten, ja? So Filme gucken, klar, aber so richtig so Sender anmachen, so, nee. Das ist schon Ewigkeiten her bei mir. Ich finde lustig, wie eigentlich der Letzte und der Erste aus unserem Team einfach tot ist. Was habe ich hier? Ich hätte so, ich habe, ich hätte Dreadnode gehabt, verdammt. Aber gut, dass meine Secondary ihn noch gefinisht hat, nachdem ich ihm so viel Schaden gemacht habe. Ja, ich hätte ihn natürlich auf seinen Torpedo, ich meine, unter mehr Zitadellen mäßig da hinschießen können, weil ich wusste halt nicht, wie die Panzerung vorne Hornet ist, deswegen habe ich tatsächlich dann mal eher gewartet tatsächlich und überlegt und dann habe ich da lieber doch weiter oben geschossen. Jetzt habe ich dann auch Penetrations bekommen, dann war das auf jeden Fall besser, ja. So, ja, ich habe auf jeden Fall eben geguckt, was Hornet nochmal heißt, das ist Hornisse, was genau, meine. Der als letztes von der Hornisse gestochen wurde. Wobei, ich finde Bienen eigentlich ganz putzig, ich finde auch Rummeln echt putzig. Wespen sind richtig nervig, aber die greifen dich ja auch eigentlich in Sicht nur an, wenn sie halt entweder Bock haben oder wenn du ihnen auf den Sack gehst. Aber die greifen auf jeden Fall eher an und Hornissen. Ich glaube, die sind auch eher, na harmlos möchte ich nicht sagen, eher freundlich gesonnen, es sei denn, du gehst ihnen halt auf die Nerven. Ähm, ich meine, wir wollten ja ihn killen, also kann ich verstehen, dass er reizt war, ne. Ich meine, so ist das Spiel. Naja. Das war auf jeden Fall eine Runde in der Alabama, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.